Hallo und herzlich willkommen! Ja, genau das habe ich gewusst, dass das passieren wird, wenn wir uns nicht einigen, wer das Intro macht. Ich bin Ishma und hier ist Quert. Hallo Quert. Natürlich ist er Quert. Ja, gut. Hier ist er Quert. Ja, hallo Quert. Hallo Quert. Gut, und ich würde sagen, ich heiße euch willkommen bei NGQ Nostradamus Gaming Quert. Ist ja letztendlich die Abkürzung, glaube ich. Und ja, hier auf German Halo Nation und wir haben uns heute was Spezielles für unser erstes Video ausgedacht. Erstens mal... Wobei, wir wissen ja noch gar nicht, ob es das erste sein wird. Es ist das erste, das wir aufnehmen. Aber die Erscheinungsreihenfolge, das können wir noch nicht vorhersehen. Aber wie du mich kennst, habe ich das alles schon im Kopf geplant. Also, das ist alles... Oh Gott. Das ist Kokainensicherheit. Auf jeden Fall wollen wir uns, ich denke, du willst das auch, uns bedanken für die coolen Kommentare, die ihr für das Machinima gegeben habt und so. Genau, ja. Was wir halt rausgebracht haben, um euch das mal näher zu bringen. Hey, wir sind doof. Und so. Um uns unsere geistreiche Unterhaltung schmackhaft zu machen. Ja, ich meine, ich denke, wir waren besser dran als RTL an diesem Fall. Und, ja. Und dass ihr auch immer alle geschrieben habt, wir sind Halo-Spieler oder ich bin ein Halo-Spieler. Das wird wahrscheinlich unser Slogan, das würde ich jetzt einfach nur mal sagen, denn... Ich bin ein Halo-Spieler. Jetzt hast du die Überraschung weggenommen. Ja, oh. Oh. Auf jeden Fall, wir reden schon viel zu lange quert, es tut mir reit. Wir wollen jetzt loslegen und zwar... Hey. Wollen wir heute was Besonderes machen. Dafür mache ich jetzt eben meinen Guide auf und gehe in die Erfolge. Besonders. Was man da sehen kann, ich habe 43 von 44 Erfolgen in Halo CE Anniversary. Und zwar ist das... Trotzdem bin ich viel besser und cooler und überhaupt da. Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Wenn ich das hier mal so festhalten darf. Ja, um den Erfolg, den es heute geht, ist Schnellleser, den Level, die Bibliothek auf Legendär in 30 Minuten oder weniger abschließen. Was ist denn Ward-Witz? Was? Was ist denn Schnellleser in Bibliothek? Ahaha! Ach, Schwinkelschlopfer. Ja. Darum soll es heute gehen und ich schlage vor, wir stürzen uns einfach ins Gefecht, bevor wir noch viel mehr labern. Was müssen wir eigentlich noch mal machen? Wir schießen alle bösen Flood ab und hoffen, dass wir es unter 30 Minuten durch das Level schaffen. Und versuchen den Illuminaten so gut wie möglich zu... So haben die seit die Bibliothek geflutet. Hör auf mit deinen Wortwitzen, es wird nicht besser. Shit, 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 shit. Ich höre eine Shotgun hinter mir! Naja. Ja, das ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir! Das ist so schlimm! Gott, ist das hässlich. Ist das hässlich. Ja. Ah! Er hat eine Shotgun! So viel Flut. So viel Flut. Schießt du Spacko! Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich habe einsch... Nein! Das ist wirklich... Nein! Schnell los! Wir hatten keinen Scheiß-Kontrollpunkt, das darf doch nicht wahr sein! Alter Schafede! Pisse! Scheiße, du hast mich abgeknallt! Oder... Wer hat mich abge... Wer hat mich abgeknallt? Du mich! Wer? Nein, das halte ich für... Das halte ich für unwahrscheinlich. Warte. Es wird heißt, äh, dass Frauen beim... Nein. Nein, nicht das wird. Achso, ich bin tot. Geh zurück und in dieser Einbuchtung ist ein Medikid drin. Schnell! Was? Was hast du gesagt? Meine Fresse, hör mir doch zu, wenn ich mit der Rede. So, und wenn die Flut kommt, dann stellst du dich hier auf einen dieser Pümpel. Dann bist du sicher. Wenn du hier unten stehst, dann sind da überall diese Kackspasten. Es wäre logischer gewesen, wenn du auf einen anderen Pümpel gegangen wärst. Damit sie sich teilen. Also, liebe Freunde, die sich dieses Video hier gerade ansehen. Es ist gerade ein neuer Posten bei NGQ frei geworden. Der Ischmal würde sehr gerne mit kompetenten Leuten hier Erfolge sammeln. Das wäre, glaube ich, sehr schön. Ist die Tür inzwischen offen? Die Tür geht auf! Ich hab gleich keine Munition mehr für mein Ding. Das bringt doch jetzt nichts. Wir haben 22 Minuten jetzt aufgenommen. Was soll das denn werden? Superspecial-Folge 20 Stunden. Ja, das schneide ich schon richtig. Wie, das schneidest du richtig? Du schneidest gar nichts. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist das Video. Die komplette Aufnahme nochmal neu aufzurollen. Und zwar mit, hallo, ich bin Ischmal und ich bin quer. Du könntest mich aber unterstützen gegen die Ziele, Leute. Du könntest ja auch einfach mal mit mir auf einer Höhe gehen. Dann kann es nicht passieren, dass der eine an den Gegner-Spawns vorbeirennt und der andere direkt in die Gegner rein. So wie du also. Nein, ich hätte es ja überlebt, wenn ich ein bisschen Unterstützung gehabt hätte. Ja, wenn du mal warten würdest. Alter, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir hier um Zeit spielen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass dir laut zigtausende Gegner nachrennen, die alle mich abknallen? Weil du nicht auf meiner Höhe bist. Ja, weil du nicht wartest. Siehst du ja an, was du dich denn hier tun? Auf inkompetenten S soll ein Rifle gedudeln? Scheiße. Ja, wenn du mal warten würdest, hätte ich vielleicht auch mal eine Shotgun. Wir spielen 30 Minuten. Und du hast immer noch keine Shotgun und das soll meine Schuld sein? Ja. Der Zuschauer hasst mich schon dafür, dass sie so ausrasten. Ja, schau, hilf mir doch mal die beiden Leute da mit Shotguns. Wieso? Töte ihn doch. Wie oft hast du Halo gespielt? Dass man weiß, dass Schlagen in Halo 1 und 2 bei Flut nichts bringt. Ja, was soll ich denn tun, wenn ich ihn auch sagen muss? Ihn abknallen. Oh, das war ja clever, Sherlock. Das war so clever. Oh, eine Trägerform. Ich habe eine Shotgun. Schieß ich ihn mal einfach ins Face. Ich bin hinter dir. Gott, ey, mein Kopf ist so... Drauf, die Runden drin. Lauf! Soll! Jetzt habe ich wenigstens gute Waffen. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich kann dir ins Gesicht schlagen. Hör auf mich anzuschießen. Mal ganz ehrlich, ey, du bist so ein dämlicher Kackspass. Jetzt müssen wir die ganze Stelle wegen dir nochmal machen. Warum denn ich lebe da noch? Wo ist denn die Scheiß Shotgun in? Oh, ich drehe ab. Ist die hier reingeflogen? Natürlich ist die hier reingeflogen. Ich drehe an gerade. Oh, ich komme nicht an die Shotgun ran. Wo bist du eigentlich? Ich bin tot. Vielleicht siehst du meine Leiche. Hör auf, mir in den Rücken zu schießen. Meine Fresse. Deswegen sage ich, ich benutze keinen Assault Rifle. Mach ich mir wohl, weil ich die... Weißt du, wie viel Videomaterial das am Ende wird, was ich hochladen muss? Und Sound. Ich bin in der Woche nicht da, das weißt du. Du musst doch nur am Abend die PC laufen lassen. Der netto von alleine hoch. Der muss doch hinter dem Sitzel anstammeln. Nein, aber jetzt zieht mir mein ganzes Internet, dass ich nichts mehr machen kann. Ja, wenn du schläfst, brauchst du dein scheiß Internet. Ich schlafe nicht am Wochenende. Ich habe doch nie Freizeit, dann muss ich das doch ausnutzen. Schick's mir doch einfach. Ich habe nicht so viel Platz auf der Platte. Dann zieh's auf die Externe. Mann, dann noch mehr warten, oder was? Du kannst doch gleichzeitig aufnehmen und was auf die Externe. Was willst du denn mit diesem Material jetzt machen? Das hat alles... Überhaupt jetzt nochmal neu anzufangen mit Hallo und wir sind so glücklich drauf. Ich bin nicht glücklich drauf. Ich habe keinen scheiß Nerv mehr für den Scheiß. Hallo und herzlich willkommen bei NGQ auf German Halo Nation. Ich bin Ishma und bei mir ist Quert, wie es auch nicht anders sein könnte, weil er auch Teil dieser Gruppierung ist. Hallo, Quert. Hallo. Es ist so schlimm, Freunde. Ich hatte gerade die schlimmste Zeit meines Lebens. Also natürlich haben wir hier... Wir versuchen das jetzt hier gerade das erste Mal. Wir schaffen das jetzt auf Anhieb. Ja, natürlich. Deswegen hatte ich auch die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich gerade duschen war und mir die Seife runtergefallen ist. Äh, weiter will ich nicht hören, ja. Was? Weiß doch, in der Dusche lässt man die Seife nicht fallen. Ja, vor allem nicht in der Armee. Und vor allem nicht im Knast. Ja, äh... Die Sache ist die, äh, ihr seht es, glaube ich, schon, warum er die Zeit gerade nicht so gut tat. Es ist nämlich die Bibliothek of Legendary. Ja. Ich habe lange nicht so geraged. Und er macht sich auch noch lustig, obwohl er das Problem an der ganzen Sache war. Ich bin das Problem? Ja, wir sollten uns nicht schreiten, jetzt bevor das Spiel losgeht. Okay, das tun wir danach schon. Okay, dann... Soll ich den Timer schon in der Cutscene starten, oder? Naja, sobald wir gespawnt sind. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob der Timer zurückgesetzt wird, wenn wir, äh, respawnen an einem Kontrollpunkt, aber das wäre ja zu einfach. Ja. Ich habe... Aber wir lassen nicht. Normalerweise mein... mein Powernap, ähm, Timer. Wenn ich meine halbe Stunde Powernap mache, ja. Ja, das ist doch böse. Hier ist ein Disco-Stick. Wir haben auch angekrochen. Disco-Stick. Wir können Techno einspielen beim Disco-Stick. Aber es dreht sich. Diese Space-Tür abgespacet. Space-Tür. Und da sind wir. Und der Timer startet. Hallo. Wir machen jetzt erstmal... Die mähen wir jetzt alle weg. Gut. Und das hat so funktioniert. So, und jetzt alle. Shotgun... Shotgun zu... Oh, fuck. Oh, hey. Die sitzen... Die stehen ja immer dahinter. Da bin ich so oft verreckt. Die sitzen, die stehen. Die sitzen und stehen. Ah! Ja, als erstes stehen Sie irgendwann fallen Sie. Oh Gott. Lebst du noch? Ja, noch. Noch schon. Ha, was geht denn hier? Vorsicht. Ist er tot, ist er tot? Nein, nein. Nein, ich meine der Flatttyp, der dich da angegriffen hat. Achso, ja, der ist gut. 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 An der Etappe hat, glaube ich, noch keiner Shotgun. Guck dich kurz, um, ob du hier was Nüssliches findest. Ja, okay. Sieht gut aus. Mach die Infektionsform platt. Dann geht's weiter. Okay, ja, okay. Durchladen, hinter dir geht's weiter. Oh, fuck. Ich hab's... Überall Zombies. Äh. Oh Gott, der hat einen Shotgun, der hat einen Shotgun. Oh Gott, oh Gott, der steht auf. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin schon mal gut los. Sobald du einen mit Shotgun findest, sofort abschießen, sofort. Ich hab's versucht. So, und damit wir den Timer nicht verbrauchen, stell den Timer nochmal neu ein. Oh ja. So, jetzt Leute, hier, Power Napping, Deluxe. Okay. Bist du soweit? Ja, ja. Ja, gut, dann kann's losgehen. Los, 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 los. Wow, 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 wow. Oh Gott, ich bin so gut, ich bin tot. Sie haben mich in die Ecke gedrängt. Es war, es war, okay, nein, wir bleiben hier politisch korrekt. Verpiss dich, du blöder Schlampenmensch. Schlampenmensch. Du musst respawnen. Der ganzen Flashbomb ist hinterher noch. Vollkommene Überflutung hier. Kommt schon, geht drauf. Ja, es funktioniert, los. Such dir Waffen. Such dir alles Mögliche, was du hier finden kannst. Hier liegt ein Esser-Refel und ein Mäckchen. Oh ja, die Mäckchen. Ja, Schottkampf sind hier keiner. Gut, bleib in meiner Nähe, du bleibst jetzt bei mir. Natürlich. Ich habe eine Shotgun, bei mir ist einer mit Shotgun. Wer hat eine Shotgun, heb sie auf. Die liegt vor dir. Oh, fuck, das ist auch einer mit Shotgun. Lebst du noch? Ist ja schon, ja, ich lebe noch. Ich habe Shotgun, Moni, los, es kann weitergehen. Okay, perfekt, perfekt. So, raus, raus, hier. Äh. Ach, sagt bloß. Oh Gott, bist du hinter mir? Ja, mehr oder weniger. Bleib in meiner Nähe. Warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen. Okay, okay. Hier geht Party. Oh Gott. Los, breit. Nein, Scheiße. Ich habe keinen Shotgun, nur nicht mehr. Shotgun ist hier. Ich habe Munition, oder? Oh Gott, oh Gott, ich nehme den Auto, Leute. Ich habe keine Munition mehr. Oh, fuck, 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 fuck. Renn da weiter, renn da weiter. Oh, Scheiße, hier bei mir ist jemand mit Shotgun. Oh, Scheiße. Lebst du noch? Ich lebe noch. Sehr schön, sehr schön. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich schaff das nicht. Doch, 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 halt durch, halt durch, halt durch. Pass auf, bei dir flatform. Ich brauch die Shotgun-Muni da. Und jetzt ist er auch